Okay, gut, ich hab's geschafft. Ja, wahrscheinlich hier ist ein besserer Weg dafür. Ich hab da nämlich noch einen Blauglanz mit. Ja, Glitzer-Song sind immer wertvoll. Siehe bei Sammelkarten. So, waren die Glitzer-Karten auch immer die wertvollsten Karten? Ich nehm besser die Treppe. So ist da alte... Alters-S-S-S-S-Labor vielleicht? I don't know. Ein altes Tor. Oh. Vielleicht ist Orea dort. Ah ja, Orea zu Fluchtsort. Ist klar. Wir wissen schon, dass sie jetzt hier ist. Oh, kann man scannen. 10. März 2046. Ich versuche jetzt schon seit 16 Stunden Upgrades zu installieren, um die Leistung des Zentralprozessors zu steigern. Projekt Firebreak wird die Denkkraft brauchen. Und dann... Hoffentlich habe ich selbst auch genug. Anita war die ganze Zeit über bei mir. Wir haben viel geschafft. Aber jede Berührung oder der Duft ihres Haares... Oh Mann. Ich, äh... Ich sollte ins Bett gehen. Seltsame Ausrüstung. Was war das hier? Hm. Nix, wo ich, äh... scannen kann. Schade eigentlich. Ich bin mir jetzt, äh... daran interessiert, was Firebreak ist. Natürlich erstmal hier reinlaufen. Okay. Hier ist Sicherheitschef Blevins. Ja. Mit einer erneuten Notversorgungsordnung. Oh Gott. Lest sie diesmal gefälligst, okay? Ihr wollt sicher nicht, dass ich meine Leute anrufe. In SLC. Okay, Daiki. Ich kann mir jetzt vorstellen, was du damit gemeint hast. Wir werden noch von ihm hören. Der ist ja im Begriff von langweilig. Ach, come on. So, okay. Das ist nix. Cool. Jetzt habe ich quasi die Ego-Ansicht. Yay! Ich spiele eine Ego-Perspektive. Ja. Cool. Oh Gott. Blevins. Okay. Das will ich mir anhören. Sicherheitschef Blevins schikaniert uns wie ein verdammter Tyrannen. Ich kann nicht einmal mehr niesen, ohne dass er mich kontrolliert. Okay. Ja stimmt, da kann ich es mir anschauen. Der Quellknoten. Oh, was ist hier? Die Tür ist schon wieder. Okay. Wie ich höre, haben einige Mitglieder unseres Personals Probleme mit unseren hochmodernen, ultrasicheren und absolut erforderlichen Orbikularstrahltürstoß. Gut. Also nochmal G-A-N-Z. Langsam. Das Ding in der Mitte ist der Quellknoten. Den muss man einschalten. Ja? Ich weiß. Kompliziert, oder? Dann müssen die anderen Knoten so gedreht werden, dass der Datenstrom mit der Legitimation zurück zur Quelle gelangt. Manche Knoten puffern fehlerhafte oder verdächtige Daten. Dies sollte man besser vermeiden. Es dürfte nicht zu komplex sein, weil die Dinger rot sind. Wie ein Stoppschild. Das sollte jeder eigentlich schon in der Vorschule gelernt haben. Aber man weiß ja nie. Wie auch immer. Das war's. Wenn der Datenstrom zurück zur Quelle geleitet ist, geht die Tür auf. Es ist wirklich nicht so schwer. Aber wenn es sein muss, kann ich während des Versuchs auch Händchen halten. Naja, streich das lieber. Das muss auch alleine gehen. Ich halte niemanden das Händchen. Okay. Halt mir das Händchen, bitte. Die Knoten auf dem Boden müssen mit dem Tor verbunden sein. Solange ich Blevins das Wort erst geschrieben habe, will ich doch, dass man mehr Händchen hält, bitte. Ich will das. Ausdrücklich. Die Tür ist mit irgendwas hier drüben verkabelt. Oh, weil Blevins hätte wahrscheinlich echt einen langweiligen Text geschrieben. Was soll ich mit diesen Lichtern machen? Ja, wie wär's mit Tränen? Sie drehen sich und haben den Lichtfluss. Na gut. Mal sehen, ob offen ist. Okay. War auch jetzt nicht so schwer, oder? So. Okay, dann müssen wir hier raus wieder. Noch Terror und was? Willst du damit sagen, es wird schwerer? Ich mag solche Rätsel eigentlich, auch wenn ich mich sehr dumm anstelle. Ich hab Professor Layton gespielt. War ein lustiger Spiel. Okay, dann müssen wir mal kurz schauen. Netzkabel. Also, mach mal das berühmte Knock Knock. Who is there? Niemals! Ho, heiti ho! Also, ich denk mir, das müssen wir jetzt auch noch öffnen, oder? Oder wir müssen schlicht nur Grafen klettern. Niemals, Potter! Niemals, Potter! Das musst du noch raus. Niemals, Potter! Niemals, Potter! Niemals, Potter! Niemals, Potter! Ja, ich komme irgendwie öfters mal auf den Button. Ich weiß nicht, dass ich das so einfach auf den Button klettern soll. auch nicht, wie ich das immer zu schaffe. Frische Luft voraus. Fresh air. Da, 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 da. Hey, durchsliden. Wieder raus. Vielleicht komme ich durch die Struktur da drüben wieder rein. Könnte möglich sein. Na, 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 na. Life is life. Na, na. Ich muss wohl zu diesen Treppen. Keine Ahnung, wieso mir das jetzt durch den Kopf geht. Ich habe da keine genaue Antwort. Und? Ich bin nicht abgestürzt. Das ist ein Fortschritt. Oh, und da ist auch ein Lagerfeuer. Cool, ich muss nicht mehr so viel machen. Äh. Nicht mehr viel höher. Urea muss nahe sein. Wie schafft eine alte Schamanin, also ich gehe davon mal aus, dass es eine alte Schamanin ist, nur immer da hoch. Sie muss irgendwo hier drin sein. Erstmal scannen. Stufe 2 abgeschlossen. Okay. Von YNPF alle... Achso, an YNPF alle. Fertigstellung des erstes Stadiums der Hauptanlage. Zu Händen alle Mitarbeiter. Ich bin stolz, den Abschluss der ersten Infrastrukturstufe unserer Hauptanlage bekannt geben zu dürfen. Diese Komplex ist das Nervenzentrum unseres Projekts und eine pünktliche Fertigstellung macht auch weiterhin den fortgesetzten vollen Einsatz des Teams erforderlich. Nee, ich habe kein Humble Choice mehr. Du hast mir, glaube ich, zwei Spiele den Monat geschenkt. Sogar. Sorry, Daiki. Es war einfach nur eine Vermutung, weil an Schamanen denke ich immer an alte Personen, die super viel Erfahrung haben. Das war einfach... von mir geschätzt. Mehr nicht. Going Under. Das muss ich mir mal anschauen, weil es sagt mir gerade echt nichts. Ich glaube, ich habe da mal was gesehen. Ja, also vom Bild sagt mir das was. Aber warte mal, ich glaube, ich habe davon das gelesen. Da geht es irgendwie um... Ah, was war denn das nochmal? Dass man im Silicon Valley so eine neue Firma aufmacht oder so? Oder abgewählt? Okay. Hört sich nicht verrückt an. Wenn du willst, kannst du mir schenken. Will ich zu nichts aber zwingen, Pando. Immer. Aber es hört sich verrückt an. So. Äh, bababam. Ich gehe aber jetzt mal zurück zum Text. Dieser Komplex ist Nervenzentrum unseres Projekts und eine pünktliche Fertigstellung macht auch weiterhin den fortgesetzten vollen Einsatz des Teams erforderlich. Aber, obwohl es noch viel zu tun gibt, sollte sie stolz auf all das sein, was sie bisher erreicht haben. Angehängt finden sie einen detaillierten Plan zum Verlassen des Hilfsraums, der im weiteren Verlauf der Arbeiten an der Hauptanlage als Notfallbereich dienen wird. 90% unseres Personals muss bis 17 Uhr am Mittwoch umgezogen sein. Wenn ihr Name nicht auf der Zuweisungsliste steht, schicken sie Marisa eine E-Mail-Kopie an mich. Okay. Ich denke mir, das ist von früher nicht so eine Anlage. Ja gut, das ist offen. Es gibt nichts weiter. Dann kann ich hier hinten noch was sehen. Ja, den habe ich ausgeblendet. Aus gutem, gutem Grund. Menüstreich. Jemand hat die Menütafel gehackt, damit sie Obszönitäten über unseren Kollegen Mr. Blevins anzeigt. Ist das hier das fortschrittlichste Geologieprojekt aller Zeiten oder doch eher ein Kindergarten? Komm schon, Leute. Ich mag das. Ich befürworte das. Oh, über den wird der echt hergezogen. So, ähm. Da ist aber hier gerade nix. Okay. Ich frage wieder, wie ich jetzt schon tausendmal gefragt habe. Sprich mit mir. Was soll ich denn noch für dich tun? Gibt es kein Gebet, das zu dir dringt? Kein Zeichen, das deine Fesseln löst? Ich kann nicht helfen, wenn du schweigst. Alles, was ich will, ist ein Flüstern, das mich leitet. Wer? Nein. Wie? Wie bist du hergekommen? Der Weg war von der Stimme selbst versiegelt. Ich... ... 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 Schön, wenn die Schamanen schon keine Ahnung haben und wir denen unseren Job erklären. Eigentlich haben wir einen Job. Oh, größer. Das Ziel bleibt gleich. Das Licht muss zurück zur Quelle. Okay. Mal schauen. So, geben wir es mal an. Oh, schön. Was ist diesmal jetzt hier? Sicherheitsmaßnahmen. Anita, so sehr ich die Tatsache hasse, dass Blevins Orbi... Orbi-Cular-Strahl Technologian der unteren Sicherheitstür installiert hat, für das Hilfe... Hilfsrechenzentrum halte ich es für sinnvoll. Vor allem, wenn man unsere Ziele für die Zentralprozessor-Einheit bedenkt. Du bist mittlerweile Assigner schmerzlich vertraut mit dem Ablauf. Du bist mittlerweile sicher schmerzlich vertraut mit dem Ablauf. Aber nur für den Fall, dass du Anweisungen an dein Team weiterleiten musst. Um auf das System zuzugreifen, aktiviere den Quellknoten in der Mitte. Wege dann die anderen Knoten und dann... Das kennen wir eigentlich. Ich brauche das wirklich nicht vorlesen. Vielleicht noch einige böse Kommentare. Hier. Kann ich das jetzt nicht mehr drehen? Ich möchte das drehen. Ach so. Ah, das war das. Jetzt weiß ich's. Ja, Fokus ausmachen. Ja, ja. Ich hab wieder nicht aufgepasst, Daiki. Ich bin schon ruhig. Das verläuft irgendwie im Sunder. Schlimm mit mir. Ja, sch... So, irgendwie... Das fällt mir aber ehrlich gesagt auch nicht, das System dahinter. Weil das geht nur jetzt daran... Nein. Nein, 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 nein. Also ich muss... Also gibt's noch ein... Theoretisch wird's aber hier noch anderen Weg geben. Ja. Ach so, da gibt's hier noch einen anderen Weg. Nö, auch nicht. Warte mal. Ich muss mal kurz... Nee, es geht immer nur ein Weg raus. Okay. Trotzdem, danke, dass du zugeschaut hast, Daiki. Es war schön mit dir. Ich hoffe, du hast noch einen schönen restlichen Tag. Und... Ach, stimmt, euer Serienabend. Mit... Walking Dead seid ihr wahrscheinlich durch, oder? Ich will das jetzt trotzdem mal nachdrücken probieren. Ah, ihr seid jetzt bei Supernatural. Hm, ach ne... Interessante Serie würde ich das nennen. Ah, stimmt, da könnte ich das hier oben aber verschieben. Oh, dann geht es dann über. Aha. Da geht's hier weiter. Aber Staffel 12... Ich muss halt ehrlich gestehen, äh, Supernatural habe ich, glaube ich, nach Staffel 5 oder 6 mal aufgehört. Ich glaube, Staffel 18 oder 19 ist, glaube ich, dort das Ende. Das ist... Also, die Serie ist mega langwierig. So. Ich weiß nur, ich habe da die Serie da aufgehört, wo halt, ähm, das ursprüngliche Ende war. Gut. Also, das, wo die Autoren auch, ähm, damals gedacht haben. Yay! Hat geklappt. Ja, schauen wir mal. Jetzt müsste es aufgehen, ne? What? Nein, ich gebe nicht auf. Urea! Urea, bitte! Durch dich ist die Stimme zurück. Da wurde irgendwas wunderbar. Nein, Malkaf nebenbei! Das war sie. Die geisterhafte Stimme, die vom Donnerkamm aus nach mir ruft. Für einen Moment konnte sie die Fesseln des Dämons abschütteln und das nur dank dir. Da geht dir auch viel Spaß bei deinen Serienabend. Wer bist du? Und was willst du? Ich bin Aloy. Naltuk schickt mich. Er meinte, ich könnte dir helfen. Da lag er richtig. Du warst eine Offenbarung. Jetzt weiß ich sicher, dass die Stimme überdauert. Vielleicht können wir sie gemeinsam befreien. Lass uns nicht voll schnell handeln. Ich kam den weiten Weg hierher, um Antworten zu finden und bisher habe ich noch keine. Mir scheint, als seist du die Antwort. Aber ich erzähle dir, was ich weiß. Burgren sagt, du weißt vielleicht etwas über einen Mann namens Silence, das du mit ihm zu tun hast bei dem Konklave. Wenn sein Name erklingt, folgen ihm Geheimnisse oder verschwinden, je nachdem eben. Warum willst du das wissen? arbeiten zusammen, weil wir die gleichen Feinde haben. Und doch. Ich weiß aber leider zu wenig über ihn. Seine Unterstützung ist bestimmt äußerst hilfreich. Doch sie ist gewiss nicht umsonst. Aber leider hat mich das Konklave diesbezüglich zur Geheimhaltung verpflichtet. verstehe aber wir versuchen uns doch zu helfen oder? Ja aber damit würde ich einen Eid brechen und das kann ich nicht tun. Du scheinst sie schon länger zu kennen diese Stimme. rettete mein Leben. Hier vor Jahren im Krieg gegen die Karja. Ein Angriff zerstreute meinen Wehrack. Ich war abgeschnitten. Allein. Ich lockte den Feind in die Reif Wehen um sie im Dunst abzuschütteln. Doch das schlug fehl. Und ich floh in diese Höhle. Dann hörte ich ihre Stimme. Wie ich war sie verloren. Eine Stimme des blauen Lichts doch getrennt von ihm. Sie bat mich um Hilfe. Sie wählte mich. Doch ich konnte ihr nicht helfen, solange die Karja mich jagten. Also half sie mir. Sie schloss eine Tür unten im Berg. Du hast sie wohl auf dem Weg geöffnet. Verschlossen. Ähnlich wie die hier in diesem Raum. Es hielt mir die Karja vom Leib. Ich war sicher und konnte ihren Auftrag ausführen. So, da wird es mir interessant. Der Dämon. Weil es ist nicht einfach nur Maschinenwesen. Da ist jetzt mehr dahinter. Das weiß ich mittlerweile. Der Dämon. Was weißt du über ihn? Ich sprach sehr oft mit der Stimme. hier, dann im Donnerkamm. Letztes Mal erzählte sie mir, dass etwas sie angegriffen hatte, dass sterbliche Augen nicht sehen, etwas Böses. Sie nannte es den Dämon und sagte, er bräuchte ihre Kraft für seine Ziele. Dann bat sie um Hilfe, sie zu zerstören, falls nötig, damit er sie nicht benutzen könnte. Es war vor fünf Jahren. Ich hatte sie nicht mehr gehört. Bis heute. Also, sehe ich das richtig? Da waren zwei Wesen. Eins nennst du die Stimme. Irgendwie gefangen von dem, den du einen Dämon nennst. Was auch immer dieser Dämon ist, er beeinflusst die Maschinen und macht sie gefährlicher. Ich will wissen wie. Diese Stimme und der Dämon sind auf einem Berg, dem Donner Kamm. Warum gehen wir nicht einfach hin und queren alles auf? Das geht nicht. Der Donner Kamm ist gefährlich. Sehr gefährlich. Der Dämon hat sich da verschanzt. Zudem lässt Aratak uns nicht gehen. Als Häuptling kontrolliert er den Pass zum Berg und er lässt nicht mit sich reden. Ihr braucht wohl einen neuen Häuptling. Na die Idee wird sicher gut ankommen. Du bist doch eine Jägerin und ich wette keine gewöhnliche. Es ist nicht unmöglich selbst für einen Fremden. Und Aratak wird die Herausforderung annehmen wenn du im Werak bekannt wärst. Halt ich gegen Aratak ich will niemand das Häuptling sein erst recht nicht von Banuk die mich nicht wollen aber du willst doch zum Donnerkamm oder du hast sie gehört die Stimme leidet der Dämon quält sie sie möchte frei sein und vielleicht wenn sie wieder frei ist kann sie dir die Antworten geben die du suchst warum lasse mich bloß darauf ein gut was muss ich denn machen zeig dem wer dass dein anspruch berechtigt ist siege im jagdgebiet töte banditen im schnitt du sprichst mit fragen und eines noch in der kiste da ist eine waffe so wie meine nimm sie vielleicht hilft sie so gut nimm die sturm schleuder Ah, der Schamann fahrt genommen. Okay. Okay, dann muss ich mal schauen, dann im Dorf. Okay, gehen wir erstmal hier raus. Ist hier noch etwas? Oh ja, da ist hier noch etwas. What? Die Tierfigur. Die Form kommt mir bekannt vor. Okay. So. Wahlkraft, du müsstest ja auch erst jetzt heimgekommen sein. Okay, lass ich mal das abgehen. Stimmt, da ist jetzt auch noch ein Nebenraum. Ach, da kommt man auch kalt, sehr kalt, eindeutig. So. Okay, dann schaue ich mal nach, wo die Schatzkästen, wahrscheinlich die letzte. Ja, ich möchte die. Warte. Ah. Inventar, Schatzkisten. Okay. Ah ja, hier, Bahnhof, Stummschleuder. Okay. So. So, dann schauen wir mal hier. Ja. Stolperfalle. Kommt ja da hier Schleuder rein. So, kann man auf Modifizierung rein? Okay, mal schauen, wie gut das ist. Bin ich einfach mal gespannt. So, und...